Jetzt live. Ja, jetzt warten wir erstmal, dass es sich aufbaut, ob überhaupt jemand da ist. Man weiß es ja überhaupt nicht. Man weiß überhaupt nicht. Das neue Format, das neue Talk-Format, ULIG hinter den Kulissen, möchte ich sagen. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist 19 Uhr und wir haben Vorstellung um 8 Uhr. Ich werde jetzt gucken, ob ich den Herrn Karl reinbekomme. Aber wir haben gedacht, wir machen einen Live, ein Insta-Live, einen Live-Podcast für den ganzen Wahnsinn, der einem so begegnet, wenn man auf Tour ist und den man miteinander erlebt. Ich schaue jetzt mal, ob ich den Herrn Karl reinkriege. Das wäre natürlich schön. Ob er das hinkriegt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, er sieht zu. Herr Karl, ich habe Sie eingeladen. Ich bin erstaunt. Ja, hallo. Ich bin erstaunt. Jetzt machst du es seitlich ein bisschen leiser. Wie seitlich? Seitlich. Nur so am Handy drücken. So, so, so. Hinter den Kulissen. Wir haben 14 Minuten. Wir sollten sie nicht verplempern. Womit beginnen wir? Ich weiß nicht. Ich habe eine Frisur heute wie Roy Black. Die hast du immer. Das wollte ich dir noch nicht schon sagen. Gut. Aber gib doch zu. Ich habe dein HG vergessen. Was ist das? Gib, sag es doch. Vergessen? Ich habe dein HG vergessen. Ja. Was uns gleich zum heutigen Thema bringt eigentlich einpacken, oder? Einpacken. Reisen auf Tour und einpacken. Und was passiert denn? Du bist wahnsinnig laut. Ich höre dich von meiner Garderobe durch deine Garderobe. Ich will es dir nur sagen. Weil ich so eine sonore Stimme habe. Ja. Du siehst auch, ich sehe auch besser aus als du, aber das ist ja wurscht. Ja? So. Einpacken. Dann sag doch, was du dazu zu sagen hast. Naja. Wir reisen ja wieder mit schwerem Gepäck, möchte ich sagen. Völlig sinnlos. Weil nämlich, was die Frau Uli, kann sich nicht entscheiden, was sie einpackt oder warum sie es einpackt. Das heißt, wir sind jetzt hier in Neu-Iselburg. Ich bin ja total überrascht, dass du nicht einmal ein Moskitonetz mit hast. Es ist die Notfallapotheke mit. Es ist ein Fieberthermometer. Es sind Kinderzäpfchen mit. Es ist eine Brotverschämtheit. Nein, ich weiß nicht, warum du Kinderzäpfchen bist. Also das heißt, das ist ja etwas Tiefenpsychologisches, nicht? Also man packt einen Koffer und kann sich nicht von gewissen Dingen trennen. Oder man ist ja mal auf dem Worst Case oder ich habe keine Ahnung. Es reicht doch für eine Übernachtung, den Anzug einzupacken, also das Kostüm einzupacken, eine Wechselwäsche, Socken, Unterhose. So, da kommen wir aber zu dem Thema, dass du als Mann, Gattung, Speziesmann, es natürlich wahnsinnig einfach hast. Verstehst du, du hast diesen schwarzen Anzug. Steh mal auf, steh mal auf. Dann können wir mal darüber reden, wie lange du diesen schwarzen Anzug schon mit dir rumschleppst und es dir völlig wurscht ist. Das Einzige, was wir doppelt dabei haben, ist dein Hemd. Aber auch nur, weil wir morgen noch eine Vorstellung haben und du Angst hast, es mit Angstschweiß voll zu schwitzen. Das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Solche Angstschweiß hast du vor. Das ist überhaupt nicht wahr. Doch. Das ist überhaupt nicht wahr. Nein, aber das ist ja trotzdem, es ist ja so, dass du immer wahnsinnig viele Sachen mitnimmst, die kein Mensch braucht. Entschuldigung, nein, Moment. Und das Problem ist, was mich nämlich direkt zu meinem Orthopäden führt, dass ich mir jedes Mal, wenn ich mit dir verreise, sozusagen einen leichten Bandscheibenvorfall zuziehe. Ach, jetzt willst du mir deinen Bandscheibenvorfall? Willst du mir jetzt auf die Haare schmieren, oder was? Auf die Haare schmieren. Apropos Haare schmieren. Hast du was für meine Haare eingepackt? Nein. Aber einen Fieberthermometer und Zäffchen, das haben wir eingepackt. Aber für meine Haare nicht. Entschuldige, ich habe ein Notfallschmerzmittel dabei. Da kannst du mir sehr dankbar sein. Ich habe auch für dich, ich kann es gleich zeigen, ich habe auch für dich Kräuterzuckerls dabei, weil du ja hysterisches Husten vor jeder Vorstellung kriegst. Du lutscht ja jetzt schon wieder was. Ich möchte was Kurzes sagen. Ich habe in meinem Koffer, lass uns das Spiel doch spielen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ich nehme mit, als erstes mein Kissen. Und du weißt, wie wichtig das ist. Stopp, stopp, stopp. Dieses Kissen, allein bei mir ist ein, was ist dieses Kissen, ja, braucht mindestens die Hälfte des Koffers, mindestens. Das heißt, dann kommen deine restlichen Utensilien. Für mich bleibt eigentlich nur ein Achtel des Koffers übrig. Und da muss ich meine Sachen hinein quetschen. Entschuldige, du warst derjenige, der gesagt hat, ich kann mit meinen normalen Schuhen nicht auf die Bühne. Ich soll die schwarzen Schuhe anziehen. Jetzt habe ich die schwarzen Turnschuhe dabei, die ja auch in den Koffer müssen, während du einfach mit deinen Lederschuhen, du hast ja nur ein Paar an, ja. Und wir wissen, dass ich beide auch mal einen Schweißfuß gelegentlich habe. Also habe ich zwei Paar... Jetzt kommst du daher mit deinem Schweißfuß, um zu erklären, warum du mehr als Dreiviertel des Koffers benötigst. Nein, nein, Moment. Moment, ich habe... Du willst es wirklich. Du willst jetzt vor den Leuten mich öffentlich denunzieren, dass ich Größe im Turnschuh 44 Männer trage. Das willst du jetzt sagen, weil du damit nämlich suggerieren willst, dass ich noch mehr Platz in dem Koffer brauche, weil mein Schuh schon so groß ist und mein Kissen so groß ist. Das ist doch der Punkt. Und da ist doch nicht deine Kosmetik drinnen. Nee. Aber die Kosmetik, die ist ja auch für dich gepackt. Erinnere dich, ich hatte in der Kosmetik heute Nasenspray, was dich über den Tag gebracht hat. Das habe ich für dich eingepackt. Es ist ja sehr einfach, sich da abzutun, wenn du meine Kosmetik mitbenutzt. Mein Shampoo benutzt du mit. Und wir tun es ja alles mit. So. Also packe ich diesen riesen Kosmetikbeutel ein, während du nur so eine elektrische Zahnbürste einpackst. Das ist wahnsinnig nett von dir, aber es ist doch nicht notwendig, dass ich hier eine Familienflasche Shampoo, eine 2-Liter-Flasche einpacke. Man kann sie ja wirklich dezimieren, oder? Entschuldige bitte, ich habe, das hast du auch gesehen, damit habe ich mich letzte Woche befasst, ich habe extra so eine Plastikflasche besorgt, die wie refillable ist, refillable, die man auch in den Duschen, wo wir uns in den Hotels besitzen, die man dann auch so dahin, hinwappen kann, damit du dich nicht bücken musst wegen deiner Bandscheibe, dass du also im Stehen quasi duschen kannst. Das ist ja von mir. Entschuldige, ich werde hier als Hypochonder, als schwerer Asthmatiker, Hypochonder mit einem Bandscheibenvorfall und mit einem großen Nasenproblem hingeschickt. Das ist ja nicht wahr. Du schweifst ja total vom Thema ab. Fakt ist, dass mein Anteil am Koffer ein ganz, ganz geringer ist, während dein Anteil am Koffer ja ein riesengroßer ist. Ich möchte mich, vielleicht ist es auch ein Altersproblem, wie Uli geht. Es ist wahrscheinlich ein Altersproblem, jetzt kann ich dir sagen, weil wie ich dich kennengelernt habe und wie wir unsere großen Reisen gemacht haben, reichte dir ein kleiner Rucksack, Uli. Und wir sind durch die Pampa gezogen. Jetzt reisen wir von München nach Neu-Isenburg und das ist fast so, man befindet sich in einer Reise im 18. Jahrhundert, wo mehrere Louis Vuitton-Koffer von Bienen nachgeschlecht sind. Entschuldige, ich möchte an dieser Stelle ganz empfindlich, ich möchte ganz empfindlich an dieser Stelle einhaken. Du hast recht, wie wir durch Thailand gezogen sind mit dem Rucksack. Ja, da habe ich einen Rucksack als Panikrucksack erklärt. Ich möchte sagen, du hast recht. Aber seitdem reise ich mit Kissen. Und wer hat das Bandscheibenproblem? Du und nicht ich. Weil ich mein Kissen dabei habe und somit mich überhaupt nie verlegen kann im Hotel. Während du... Wann kein Problem habe ich ja deswegen, weil du den Koffer so einpackst, dass er so schwer ist. Ey, wir sind doch neulich mit diesem Bus gefahren und da wollten sie den Koffer nicht mitnehmen, weil sie gesagt haben, der Koffer ist zu schwer. Aber entschuldige, da hattest du in diesem Koffer und ich möchte mal ganz kurz da festhalten, dass du vor 15 Jahren diese Koffer, dieses Koffersystem gekauft hast, das auch ständig reparierst, weil es immer wieder kaputt geht und du, weil dir es zu doof war, unsere Texte zu tragen, die in den Koffer gepackt hast. Ich möchte dir unsere Texte mal auswiegen. Das heißt, im Koffer, ich möchte, wirklich empfindlich, möchte ich sagen, da fühle ich mich jetzt auch fast angegriffen. Ich habe die Kosmetik dabei, da hast du recht. Da könnten wir jetzt das Fass aufmachen. Wieso braucht ein Mann nicht so viel Kosmetik? Weil wenn ein Mann graue Haare kriegt und wenn ein Mann ungeschminkt ist und Augenringe hat, sagt man, oh, der wird aber jetzt total interessant. Wenn ich das habe, sagt man, die ist krank, die muss zum Arzt. Das heißt, ich muss ja, ich muss ja die Schminke mitnehmen. Ich muss ja. Ich kann ja ohne gar nicht. Das ist ja das Problem. Weißt du? Du kannst ja überall mit deinem schwarzen Anzug bist du ja überall gern gesehen. Ich nicht. Ich hätte auch gern einen schwarzen Anzug. Du meinst, du musst dich mehrmals umziehen, um aufzufallen, oder was? Nein, aber du wirst mir doch recht geben, dass ich als Frau nicht einfach auf die Bühne kann, ohne geschminkt zu sein, während du, je tiefer deine Augen liegen, desto interessanter wirst du. Naja, das ist ja auch schon abgedroschen. Das hat sich ja auch schon geändert. Also wenn ich mir mittlerweile, ich kann mich erinnern, früher in der Maske empfing, waren natürlich, die Frauen saßen doppelt so lang wie die Männer. mittlerweile nähert sich das an, weil die Männer wahrscheinlich auch eitler geworden sind oder die Sehgewohnheiten. Oder vielleicht ist es auch das Alter. Ich brauche mittlerweile auch schon ziemlich lange in der Maske. Aber es ist ja nicht so, dass du mir viel von deiner Kosmetik abgibst. Entschuldige, ich habe gesagt, du kannst gern hierher kommen. Ich schminke dich gerne. Das war dem Herrn auch wieder nicht recht. Aber ich möchte an dieser Stelle... Einfach weil du mir so rote Bäckchen machst und so ruchst und die Augen mit Eisscheiter unterlegen willst. Ja, das würde dir auch sehr gut stehen. Vor allem könnte ich hier unten einlegen, dann würdest du so ein bisschen noch sophisticated... Ich mache das jetzt ganz in Englisch. Wenn ich dich hier einlegen würde, würdest du einfach so ein bisschen sophisticated darüber kommen. Das würde dir gut tun. Ich möchte jetzt ganz kurz noch mal zum ursprünglichen Thema zurück, zum Kofferpacken. Das Kofferpacken ist doch wirklich ein Problem. Oder? Ein massives von mir. Ja, aber... Und es führt ja dazu, dass ich... Es betrifft, glaube ich, viele. Und ich glaube, es ist so ein typisch Mann-und-Frau-Problem. Ich glaube, ich habe das eigentlich beobachtet. Kannst du dich erinnern, wir haben am Flughafen mal einen sehr, sehr interessanten Künstler getroffen? Ja, den Sami Molchio. Sami Molchio, Pantomime. Der reiste nach Paris mit einem kleinen Köfferchen. Das hat dich total fasziniert. Den hat er auch aufgemacht. Weil dieser Koffer war total sortiert und genau durchdacht. Und da ging... Ist dir eigentlich aufgefallen? Da ging es nicht um Eventualitäten, die man vielleicht brauchen könnte. Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwo im Nirgendwo sind. Das heißt, falls... Nein, jetzt werde ich... Herr Kahn, bitte öffne meinen Koffer heute Nacht im Hotel. Sag mir eine Sache, eine Sache, die unnötig mitgenommen ist. Ich habe zum Wechseln, wir sind morgen noch und übermorgen, ich habe zum Wechseln... Heute habe ich ein Unterhöschen an, für morgen ein frisches Arbeit. Nein, pass auf. Für morgen und für Freitag. Ich gebe zu, ich habe ein paar Ersatzsocken mehr mitgenommen wegen meinem Schweißfuß. Gebe ich zu. Aber einfach nur, um dir das zu ersparen im Hotelzimmer. Das habe ich... Ich sage schon, also der Koffer ist eigentlich nur so groß und so schwer wegen mir. Ja. Verstehe. Dann habe ich... Warte, dann habe ich die Kosmetik. Gut, da könnte man aussortieren, da hast du recht. Aber ich denke ja manchmal, wenn wir dann so unterwegs sind und so wahnsinnig viel Zeit haben, dann könnten wir doch da eine Gesichtsmaske auflegen, was wir zu Hause ja nicht immer schaffen. Aber es ist wirklich ein kleines Tübchen. Dann habe ich den heißen Lockenstab mitgenommen. Moment, da kam jetzt was ganz Interessantes. Da schrieb jemand getrennte Koffer. Ja. Das Problem ist, wenn wir getrennte Koffer haben, habe ich den ganz kleinen Koffer und du hast genau den großen Koffer auf, den du jetzt bekommst. Ja, und dann sage ich, und dann sage ich, das ist doch Quatsch, dass du den kleinen mitnimmst, weil es ist ja noch so viel Platz in meinem Koffer. Tu es doch da rein. Genau das sage ich. Aber warum müssen Sie... Und dann packst du beleidigt deinen kleinen Koffer aus, weil ich sage, wir müssen doch nicht zwei... Ich bin ja eigentlich positiv eingestimmt hier gegenüber. Und wenn mein kleiner Koffer perfekt gepackt war, da ist nur das Notwendigste drinnen. Aber Entschuldigung, wenn du den kleinen Koffer packst, das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung, dann packst du in meinen großen, weil ich den Vorrichtung für die Klamotten habe zum Aufhängen für unser Bühnenkostüm, packst du dann bei mir rein und tust dann ganz großkotzig so, als würde alles in deinen kleinen Koffer passen. Du weißt, dass diese Hängesachen in den kleinen Koffer nie passen würden und du dann einen Kleidersack mitschleppen müsstest, den du womöglich in der Bahn oben im Gepäckablage vergisst, wie du das schon gemacht hast. So. Also ich bezichtigste mich auch noch der Senilität, dass ich die Sachen auch im Zug noch vergesse. Es war sehr schön mit dir. Es sind 14 Minuten, wir können nicht länger machen. Es sind aber auf überhaupt keine Grünung Zwecke gekommen. Nein, aber das können wir ja weiter diskutieren. Morgen Abend, 19 Uhr, ist wieder der Talk hinter den Kulissen. Gehabt euch wohl.